Brabender Messtechnik – Simply Better Die Brabender Messtechnik wurde 1961 in Duisburg gegründet und steht seitdem für hochwertige Prozess- und Analysenmesstechnik. Früher wie heute gehört Brabender Messtechnik zu den führenden Herstellern von Messgeräten in ihren Märkten. Das Unternehmen ist seit der Gründung dem Standort Duisburg immer treu geblieben und so mit dem Ruhrgebiet fest verwurzelt. Seit über 50 Jahren ist die Brabender Messtechnik nun eine feste Größe innerhalb der Brabender Firmengruppe, deren Anfänge bis in das Jahr 1923 zurückgehen. Diese Beständigkeit zeigt sich auch in der Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter über Jahrzehnte, durch die das Know-how in der Firma erhalten bleibt und dem Kunden einen festen Ansprechpartner über viele Jahre bietet. Das Kerngeschäft der Brabender Messtechnik sind heute drei Produkte, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Das Aquatrack 3E ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des seit 20 Jahren bekannten Aquatracks. Als Messgerät für den Wassergehalt wurde es für die Kunststoffindustrie entwickelt. Es ist ein Absolutmessgerät, das robust und kompakt konstruiert ist. Heute kann es durch seine neue Mobilität leicht transportiert werden. Dadurch bieten sich viele Möglichkeiten zum unmittelbaren und flexiblen Einsatz am Produktionsort. Beispielsweise bei der Wareneingangskontrolle, Überwachung und Optimierung der Granulattrocknung, Messung des konditionierten Fertigteils oder im Labor. Brabender Messtechnik – der Marktführer für Spurenfeuchtemessung im Produktionsbereich. Man gibt sich nicht mit weniger zufrieden, wenn man selber Top-Qualität liefern will. Das Convimeter dient der kontinuierlichen Viskositätsmessung und zur Regelung von Flüssigkeiten und Pasten jeglicher Art im Produktionsprozess. Typische Installationsmöglichkeiten sind ein Einbau in eine Produkthauptleitung, eine Bypass-Variante oder auch im Rührwerkskessel. Der Erfolg des Systems ist dokumentiert in über 1400 Anwendungen. Das Convimeter wird in den unterschiedlichsten industriellen Produktionsprozessen wie Chemie, Petrochemie, Nahrungsmittelindustrie und Bodycare-Industrie eingesetzt. Brabender Messtechnik liefert die verlässlichen Zahlen und Fakten für ihre Prozessstabilität. Mit dem TSSR-Meter kann eine anisotherme Spannungsrelaxationsprüfung durchgeführt werden. Das Verfahren wurde an der Hochschule Osnabrück von Prof. Dr. Fennemann entwickelt und mit Brabender Messtechnik in die Praxis umgesetzt. Hiermit lassen sich die mechanisch-thermischen Eigenschaften von TPE, Kunststoffen und Elastomeren charakterisieren. Das TSSR-Meter steht für Werkstoffentwicklung und für produktionsbegleitende Qualitätskontrolle. Es ist eine entscheidende Messgröße bei der steigenden Bedeutung von thermoplastischen Elastomeren in der Automobilindustrie oder für Gummimischungen bei der Herstellung von Reifen. Auch wir leisten damit unseren Beitrag zur besseren Verkehrssicherheit. Um dem Kunden Lösungen für seine steigenden Qualitätsansprüche zu liefern, werden neue Ideen direkt in unserem flexiblen Team aus Vertrieb, Entwicklung, Konstruktion und Produktion auf Machbarkeit geprüft. Die Umsetzung erfolgt zunächst virtuell und später über den Prototypenbau bis hin zur Serienfertigung in der eigenen Produktion. Jedes Messgerät wird nach internationalen Standards gefertigt und geprüft und muss höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Von strategischen Partnern über regionale Zulieferer bis hin zur Montage bei uns im Haus sind unsere Produkte made in Germany. Im Laufe der letzten 50 Jahre hat sich Brabender Messtechnik ein internationales Netzwerk in über 50 Ländern mit 45 Vertretungen aufgebaut und ist immer vor Ort erreichbar. Selbstverständlich unterstützen wir unsere weltweiten Partner auf allen bedeutenden internationalen Messen, aber auch auf der weltgrößten Messe K in Düsseldorf und der ACHEMA in Frankfurt sind wir vor Ort. Egal wo auf der Welt, Brabender Messtechnik. Simply better. Egal wo auf der Welt, Brabender Messtechnik.